Willkommen zu einer neuen Folge Master Builders. Unser Thema heute ist Schnecken oder Trampolin. Oh ja, unser Thema heute ist Auto. Flo, ich habe letztens mit Pups einen Truck gebaut und ich habe die maximale 196 Punkte gehabt. Neuer Rekord, Achievement, Legendary. Alles klar, wir bauen einen Truck. Nein, kein Truck, kein Truck. Ich kann noch ein gutes Auto fahren. Sicher, Flo? Glaubst du? Ich habe dich schon mal ein Auto zeichnen sehen, das war nicht gut. Ja, komm, jetzt kommt die wieder mit Auspuff, Auspuff. Nein, ich meine nicht den Auspuff, ich meine legit das Auto, was du gemalt hast. Ich glaube, egal was du sagst, du machst was verhätscht. Ist okay, warte, welche Farbe? Ich baue die Straße, das kriege ich hin. Mein Auto wird vier Blöcke weit, das heißt, mach du am besten hier so eine Straße. Ja, ja, ja. Soll ich gelbe Zwischenstreifen machen oder weiße? Was sieht besser aus? Gelb, das habe ich auch gedacht. Aus irgendeinem Grund habe ich... So, in die Richtung. Kein... Warte mal. Ich bin ein bisschen irritiert. Warte, wo, wo, wo baust du? Du bist ein bisschen irritiert. Ist das das Auto? Ne, 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 das ist die Straße. Hä, aber die Straße wird doch schwarz. Nein, nein, das ist so Beton, so Dings, so, äh, du weißt schon. Oh, okay, und dann mache ich die Streifen da rein. Jetzt. Du sollst die Straße fahren. Du machst doch gerade die Straße oder nicht? Ja, aber die müssen auch ein bisschen umrand gehen, oder? Ey, ja, ja, nicht streiten. Wir streiten doch nicht. Was macht der teammate, erklär mal. Ja, aber mein teammate, der macht auch ein Auto. Ich mache gerade ein Auto, das sieht gerade nicht aus. Das Problem ist, wir haben hier keine richtige Mitte. Das Problem ist außerdem... Oh Gott. Ja. Äh, dass ich daran zweifle, ob das jetzt so schön wird. Es wird schön, Ronja. Ja, glaubst du? Ich mache meine Streifen nachher ein bisschen länger. Okay, ich baue von Rand zu Rand, ja? Kann man Carpets in die Luft platzieren? Geht das? Äh, ich glaube schon, ja. Wenn du da drunter irgendwie ein Carpet hast, dann, äh, geht der automatisch eh in die Luft. Lass uns nicht streifen. Ja, ich würde, genau, ich würde größer machen mit mehr Abstand, genau. Oh nein, das ist automatisch. Das ist eklig. Oh nee, das ist äh. Du bist eklig. Ronja, danke. Wir machen, wir machen, wir machen. Warte mal. Das hier. Ja. Was machst du? Oh, ja. Sehr gut. Sehr gut. Das kommt gut, sage ich. Das mögen die Leute. Da gewinnen wir mit. Das mögen die Leute. Hä? Was ist denn? Was ist denn los heute, Jobs? Ja, das sieht richtig komisch aus. Soll ich dir zeigen, wie ich mein Auto gut war? Ja. Mit Schnee nämlich, weil dann kann ich mehr Layer machen, dann kann ich's flacher machen. Oh, okay, okay. I see. Okay. Ja, ich, ich konnte mal richtig gut so ein Auto bauen. Ich hoffe, ich kann's noch. Nein. Okay, ich glaub an dich. Du schaffst das. Ich nicht. Warum denn nicht, Tops? Mein Verluste. Sei doch mal ein bisschen unterstützend. Warum nicht so optimistisch, Tops? Ah? Ja. Tops, ich weiß auch nicht. Du bringst negative Energie hier rein. Du hast das ganze Auto abgebaut, was er gebaut hat. Tops, du hast ein negatives Charisma. Nee, ist richtig. Ich hab kein negatives Charisma. Ich hab einfach nur... Nee, ist ziemlich... Die wollen nicht. Die wollen einfach nicht. Die wollen nicht brennen sehen. Ja. Würde ich sagen. Die wollen nicht brennen sehen. Sieht viel versprechend aus. Wie haben wir das? Auto. Ja, ich hab jetzt noch ein Auto gemacht, das ist... Äh. Es ist ja auch nur Thema Auto. Du brauchst keine zwei. Ja, aber... Nee. Tops, was ist los? Ich werde Tops sind einfach so eine Box. Oh, das aussieht wirklich nicht schlecht aus. Mann. Ich hoffe, ich krieg das gut hin. Also bis jetzt, was ich sehe, sieht sehr vielversprechend aus. Soll ich versuchen hier so eine Kurve rumzumachen? Was? Ja, das wäre mega. Warte mal. Okay, weißt du was? Mein Meter macht einfach gar nichts. Vielleicht so irgendwie? Ach so, ja. Ups, Salah. Mein Kollege, der heißt einfach Basvini. Okay. Und der, der, der guckt sich einfach die ganzen Fenster an. Der guckt einfach den Bild drüben. Weil gucken, wie sich Inspiration dadurch holen. Was andere machen. Aber... Jedem zu einem. Tops, wenn er sich Inspiration holen will. Du wirkst jetzt nicht wie jemand, der sich mal Inspiration holt. Pff. Ist er. Ist er schon? Also solltest du vielleicht auch mal drüber nachdenken. Du kannst gerne sonst drüber schauen, dann kriegst du Inspiration. Ich bin ja wirklich zufrieden mit dem, was ich hier mache. Der sieht doch voll gut aus. Warte mal. Warte mal. Pass auf. Und jetzt kommt, jetzt kommt der Knüller. Warte? Okay. Ich bin excited. B-b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.bb.b.b.b.b.b.b.B.ique. Das ist das frechste, was er, also, sauer ist. Wir können nicht singen, ne, ne, ne. Darf ich hier nen Hut haben für? Darf ich hier nen Hut haben für? Ey, man kann wirklich eine Kabel in der Luft machen, gell? Kann man? Nicht? Kann man nicht. Aber wenn du... Achso. Aber vielleicht wenn ich es so mache? Oh, warte. Muss ich das jetzt trotzdem noch abwechselnd mit Weiß? Ja, oder? Das sieht dann besser aus. Egal, mal gucken. Ich hab ne Idee. Oder soll ich die Kurven nur mit Rot machen? Kann man Tiere spawnen lassen? Ne, ne. Weiß ich nicht. Geht das? Ja, klar. Klar geht das. Wie denn? MPCs? Ach so, ne guck, ich dachte, dass du... Oder was meinst du? Schau mal, wenn du es so machst, schau. Okay, warte. Kannst du es rundwirken lassen. Okay. Ähm. Warte. Mach das. Du kannst das. Ja. Äh. Ich glaub, es geht sich aus von der Zeit noch ein bisschen. Machst aber... Warte, dann machen wir die Tiere noch vorbei. Ich fülle die Tiere rein. Okay, füllen. Füllen, füllen. Füllen nur den Boden. Okay. Äh, warte, warte. Gott. Du den Boden füllst. Was anderes musst du nicht mehr machen. Okay, alles klar. Ich fülle den Boden. Warte, ne. Wir brauchen noch die Mittelstreifen. Warte, ich reiß jetzt erstmal alles ab. Das geht schneller für mich. Wie viel Zeit haben wir noch? Eine Minute. Oh Gott. Mach schnell. Arbeit dran. Arbeit dran. Das wird schon noch irgendwie... Meinst du? Wir gewinnen, Flo. Ich hoffe es. Warte mal. Und jetzt kommt doch hier. Warte. Weißt du, ich glaube nämlich, Tops hat keine Chance zu gewinnen. Hä, wieso? Warum sagst du das? Vonja, das ist ungerecht. Es ist ungerecht, weil es die Wahrheit ist? Nein, es ist ungerecht, weil... Weil ich meine, das ist ja... Weil ich alleine bin. Ich bin prinzipiell alleine. Mein Typ, der fliegt ab und nur rum. Wenn du alleine bist, wissen wir Tops. Oh! Aber... Der Typ... Unhöflich. Hilft dir doch bestimmt. Guck mal, der gibt dir mentale Unterstützung. Nein, tut der nicht. Nicht mal das. Doch, guck mal. Der feuert dich an. Du sagst, der fliegt. Weißt du, er ist wie so ein kleiner Cheerleader für dich. Warte, warte, warte. Ja. Oh. Ist... Oh. Schnieke. Oh. Ich hab noch eins. Mach ich. Mach ich. Oh, kriegst du's hin? Ich hoffe, ich hoffe. Kann sein, dass du noch die gelben Sachen da reinbauen musst. Im Endeffekt. Ja. Oh nein. Ich krieg's nicht fertig. Oh nein. Die Kurve war ne dumme Idee. Oh nein. Die Kurve war ne so dumme Idee. Ja. Okay. Ja. Ich hab hier... Ach man. Oh nein. Ich brauch ein bisschen Brain. Oh nein. Okay. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ist nicht fertig, aber egal. Was ist das für ein Auto? Es ist halt groß, ne? Ja. Ich geb ihm Kaka, weil es ein bisschen komisch geworden ist. Ich geb ihm Kaka, weil es ein bisschen komisch geworden ist. Ich geb ihm Kaka, weil es ein bisschen komisch geworden ist. Aber er sitzt ja. Er hat... Ja. Okay. Was haben wir? Das sieht zum Beispiel jetzt schlechter aus. Muss ich sagen. Ja. Warum hat das so Treppen zu den Eingängen? Ja. Das ist Kaka. Nein. Das ist nicht meins. Nein. Äh. Ey, wieso haben die alle rote Autos? Ich weiß auch nicht. Oh, ne Ampel. Ne Ampel. Oh, okay. Die Ampel ist stark. Aber wir haben ne Rennstrecke. Rennstrecke braucht keine Ampel. Ich geb auch mal okay. Oh, guck mal. Der hat auch ne Straße gebaut. Aber... Das Auto sieht halt nicht aus wie ne Auto. Sorry. Aber das ist ein... Super Kaka. Das ist tatsächlich ein Auto. Aber... Warte. Hat er den vierten Reifen nicht geschafft? Ja. Ist okay. Er hat's versucht. Er ist nicht fertig geworden. Er hat drüber nachgedacht. Oh, guck dir das an. Ein Träumchen. Guck mal wie gut das ist. Oh, da schau mal die Felgen. Ja, oh mein Gott. Flo. Oh. Mhm. I'm impressed. Legendär! Oh mein Gott, wir sind so gut. Also du bist so gut. Sick. Äh. Sorry, I was alone. Oh. Super Kaka. Oh, hat das Tops gemacht? Nein, das war ich nicht. Hör auf, Runja. Böse. Das war's du. Komm's rein und schnapp. Lol. Lonely. Hättest du mal geschrieben. Sorry, I was alone. Ich geb den Kaka. Weißt du was? Ich geb den Kaka. Das ist okay. Ich geb Kaka. Hast du gesagt? Das ist von der Bildpartner. Help me. Nein. Oh nein. Was ist das? Äh. Das ist ein bisschen... Sorry, aber das ist super Kaka. Was? Ich geb Kaka, aber es ist schon kein... Oh. Ja. Wirst du deswegen Tops? Geh ich nicht mit dir in ein Team, sondern mit Flo. Okay, weißt du was? Es sieht wirklich gut aus. Es hat so ein paar Effekte dann. Und dann... Wir machen... Warte, gibt's noch Holzplank? Oder machen wir ganz normale Holzbalken? Äh, okay. Ronja? Ja. Ähm. Einer muss den Wald bauen, einer braucht das Feuer. Okay. Was machst du lieber? Wald oder Feuer? Ich zeig dir einen Baum und du kannst ihn nachbauen, okay? Okay. Du hast so einen dicken Baum hier. Okay, okay, warte. Welchen hast du genommen? Spruce Wood. Dann nehm ich den nicht auch. Ja, ja, wir machen so einen... Aber dein Stamm sieht ein bisschen eintönig aus noch. Oder addest du danach noch Details? Kannst du machen. Ja, ich hab's halt ziemlich gehalten, damit du das halt relativ einfach reproduzieren würdest. Hast du kein Vertrauen in mich? Wenn der jetzt so schreibt, der möchte ein Pixel machen, dann brech ich ihn in den Arm. Wenn er das jetzt wirklich schreibt. Oh, okay. Dann brech ich ihn in den Arm. Wenn du so einen Tannenbaum stehst. Oh. Ach, Tannenbaum. Ah, neul. Ja, okay. Ich versteh. Ich versteh. Tops, du bist ein bisschen zu aggressiv in deiner Grundhaltung. Ist dir das mal aufgefallen? Warte ich. Ne. Doch, letztes Mal auch schon so. Als dein Teammate gesagt hat, I wanna build a pixel art. Was vielleicht auch schon ein bisschen wütend. Ich darf das nicht zulassen. Tops, du musst auch mal. Tops, was ist, wenn dein Teammate sagt, ich möchte aber gerne einen Pixel art machen? Wow, der macht jetzt schon Partikel. Er denkt, jetzt ist er schon fertig. Oh Gott, mein Baum springt nackig aus. Ja, mein Baum ist auch nicht gerade der schönste. Kann man den nicht eigentlich eh selber wachsen lassen? Ja, ne. Okay. Wieso kann der Feuer machen? Ich kann das nicht. Wir bauen die an. Gefällt dir der nicht? Guck mal, das sieht doch so schön aus. Nein, meiner ist ein bisschen komisch. Nein, meiner geht auch nicht. Egal, ich bin ja jetzt dabei. Ich bin committed. Schau mal, ich zeig's dir. Ich hab Vertrauen. Einfach bauen mir, oder? Ja, hinter dir schon. Ja. Viermal. Und dann kommen die Großen. Oh, okay. Oh. Oh, okay. Dann baue ich. Ich baue trotzdem noch bei meinem rum, weil sonst dauert das Abreißen, glaube ich, länger, als das Fertigstellen. Nein, nein, nein. Ja, okay, okay, okay. Zack, 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 zack. Und dann. Ich meine, der wird uns jetzt ja nicht töten in der Wertung. Hoffe ich. Witt schon. Okay. Was du noch machen kannst, schau mal. Nein, meine Mate macht irgendeinen Mist. Oh, okay. Gute Idee. Den kannst du, glaube ich, nachbauen, oder? Warum, warum ist das die ganze Zeit so? Kannst du das nachbauen, Ronja? Das ist ein simpler Busch. Ey, ich bin gewohnt, mit Hubs zusammenzubauen. Ja, so sorry. Ah, okay. I respect that. Halt die Klappe. Aber sag mal, Tops, sei doch nicht so wütend. Ich werde ja dargestellt als der schlechteste Bauer der Welt. Welches war ich gerade eben deins vorhin? Hä? Hä? Welches? War gerade eben deins in folgende Runde, Tops? Achso. Ja, weil ich allein gebaut habe. Ja, aber für war. Ich habe gar nicht gut bekommen. Hä? Das eine, wo er nur diesen Feuerwehrtruck gebaut hat. Ja, mit dem Pferd hinten dran. Gut, aber hä? Wo war denn da ein Pferd hinten drin? Warum ist ein Pferd bei einem Feuerwehrtruck? Tops, das macht gar keinen Sinn. Ich hab keinen Feuerwehrtruck gemacht. Haste. Habe ich nicht. Okay, jetzt werden wir beleidigend. Au. Eins gegen eins CS, komm. Würde ich dir nicht raten, Tops. Würde ich dir nicht raten. Ja, ja. Ja, ja. Das ist scheinbar. Ich bin aggressiv. Ich hab nicht genug geschlafen. Wir haupt 17 Uhr. Tops, Tops, was gibt's noch so was? Was bereitet die Probleme? Hä? Brich dich aus. Ich hab Hunger. Wie was zu essen? Tops, was ist in deinem Leben? Was könnte die Ursache sagen? Ja. Bauenmehl, finde ich, Bauenmehl nicht. Hä? Wie heißt das? Heißt einfach Bauen? Einfach Bauenmehl mit der Zeichen. Ach, wie lernt's euch. Hä? Ah, okay. Ich glaub, das ist irgendwie eine Miss... Ich glaub, meine Grafiken spinnen gerade rum. Aber es ist okay. So. Äh, ja. Du hast... Tops, erzähl weiter. Du hast Hunger. Ja, ich hab Hunger. Du bist unglücklich. Ich bin unglücklich. Warum bist du unglücklich? Weil ich Hunger hab. Was könnte man dagegen machen? Essen. Okay. Warum isst du nichts? Das ist eine gute Frage. Weil wir aufnehmen. Warum hast du vor der Aufnahme nichts gegessen, Tops? Weil ich vorher duschen war. Okay. Warum hast du geduscht? Von morgens bis abends? Nee, aber ich bin gerade vorher erst nach Hause gekommen. Okay, warum bist du vorher erst nach Hause gekommen, Tops? Weil ich heute einen Arbeitseinsatz hatte. Okay. Okay. Wie war das so für dich? Ja. Guck mal, der Baum wird hier gewachsen. Sieht ein bisschen aus wie der, den ich gebaut hab. In... Mit ein bisschen mehr Lücken. Deswegen... Aber natürlich bei weitem nicht so schön. Bei weitem nicht so schön. Nein, natürlich nicht. So, ich verschönere meinen noch kurz, damit er ein bisschen mehr aussieht wie der frisch gewachsene. Das geht... Es wird noch. Okay? Es wird noch. Ich baue weiter Bäume. Wir machen jetzt hier wirklich einen Wald draus. Aber Tops. Und... Was kann man denn machen? Ja, was kann man... Muss man... Muss man die guten Dinge im Leben einfach sagen. Eben. Sie ist positiv. Ja? Und wie werden? Du kannst nach der Aufnahme was essen. Echt? Boah, ist ja krass. Du kannst dann Roblox Superhelden im Rutherford spielen. Oh, ja! Nein! Ich weiß nicht, dass ich das schon durchgespielt habe. Wir hatten ein Update, Tops. Haben die ein Update? Nein, haben sie auch. Aber ich sag's nur gerne. Okay. Ah, da, 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 da. Ihr Witzbäude. Wisst ihr? Ihr haltet euch für witzig. Seid gemein. Ja, also ich würd schon sagen, dass wir recht witzig sind. Nein. Wissen schon bitte, oder? Oh, doch. Flo, oder? Witzig? So würde... Die Leute mal entscheiden, ob wir witzig sind. Aber im Vergleich zu Tops sind sozusagen... Das ist schon eher witzig. Darf ich ihren Hut haben, Sir? Darf ich ihren Hut haben, Sir? Darf ich ihren Hut haben, Sir? Wie was? Jetzt dreht er durch. Jetzt ist es soweit. Wir haben lange gewartet auf den Moment, aber jetzt ist es... Irgendwann war's klar, es wird nichts mehr. Oh Gott, wir haben nur eine Minute. Oh nein. Okay, aber das Lagerfeuer sieht gar nicht schlecht aus. Also... To be honest. Ich bin nicht mad. Es wird wahrscheinlich... Es war kein Legendär, so wie letzte Runde. Hey, wachs! Warum wachs? Ey, wir müssten noch einen machen, denn Marshmallow-Grate. Der wächst nicht! Vielleicht muss ich drum was abreißen. Stimmt, Marshmallow-Grate. Meinst du, das hat irgendjemand gemacht? Ah, das sieht gut aus. Ey, das sieht nicht schlecht aus. Guck mal. Ich mach das jetzt noch hier dazu. Ich glaub, das könnte es halt auch ruinieren, ne? Außer du machst es gut. Aber ich hab Vertrauen in dich. Geht's nicht da aus, geht's nicht da aus, geht's nicht da aus. Also wir machen zuerst einfach ein paar Tikel mit Feiernacht. Ja, okay. Das ist ne gute Idee. Wüste Dorfbewohner, Wolken... Okay, okay. Topps, wie sieht's bei dir aus? Jetzt, wo wir über deine Probleme geredet haben. Ganz gut eigentlich. Also... Legit sieht echt nice aus. Also es ist zwar ein bisschen dimensionsmäßig, es ist ein bisschen... Und das Lagerfeuer... Okay. Aber generell, aber... Aber es sieht's wirklich... Ja, es sieht sonst schön aus. Äh, ich bin zufrieden. Ey, ich bin zufrieden. Mein Mate hat einfach... Mein Mate hat einfach ein Haus gemacht, wo es drauf brennt und da steht so drauf, Road for us. Das wird... Das wird dir in Sicht bringen. Guck mal, die haben einfach je ne Hexe verbrannt. Ja. Ich geb' ich... Ich geb' ich... Ich geb' ich'n super Kaka. Oh, das ist von Topps. Ey, guck mal, das sieht doch gar nicht bad aus, oder? Die Fleischkörle, die gebracht. Ich hab' jetzt gar nichts gebootet. Ah, ja. Ich geb' hier an, okay. Ja. Das ist echt gut aus. So, was ist das? Mh... Mh... Danke, Flo. Das ist ein okay. Wow. Das ist das erste, wo ich geschafft hab' time-mäßig zu booten. Oh, das ist aber schön geworden. Wir haben ja nicht so viele Details, aber da finden wir einen coolen Wald. Ambiente-Stimmung machen sollen, weil dann wirkt es direkt ein bisschen gemütlicher. Die machen ja Party. Ich geb' dem... Aber nicht ein Kaka-System. So. Ey, was ist das? Das sieht aus wie ein Popcorn, was geschmolzen ist. Das sieht aus wie diese Halloween-Dinger, die man kriegt. Weißt du, was ich meine? Diese kleinen Orangenen. Ähm... Junge, der ist sogar so stolz auf das Feuer, dass er seinen Trauer nachprodukt hat. Okay, also sorry, aber das ist kein Lagerfeuer, oder? Klappt du, if you don't put legendary, you hate your mom? Was?! Oh, wir haben gewonnen! Easy! Wir wollen ja! Wir sind der Sieg, mal zwei! Wir sind auf dem dritten Platz! Nice! Oh, lol! Wir sind zweiter, bis du tobst! Zweiter? Ehrlich? Nice! Hä? Achso... Leider, ich würde sagen, zwei Wins heißt... Zwei Wins. Wir sind die besten Masterbilder, die es gibt. Aber meins hat nicht fällt aus mit dem Stück. Deins war okay, deins war nicht schlecht. Ach, das war deins. Ja, das war echt wirklich nicht schlecht. Ich wusste gar nicht, wie es eins ist. Okay, gut. Das war's dann aber auch für diese Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Und, äh, genau. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschau! Tschau! Man geht's nicht zu pupsen! Richtig. Das kattet man ja jetzt raus. Das kattet ich raus. Man weiß es nicht.